Jo meine Leute, hallo, herzlich willkommen zum Rennen aus Detroit mit dem Chevrolet Detroit Grand Prix der Nesca Indica Series 2023 Predictions. Los geht's mit dem Rennen. Heute um 20 Uhr live auf Sky Sport F1. Das Rennen gewinnt Markus Armstrong. Herzlichen Glückwunsch. Dein darf zu Romain Grosin vor Helio Castro Neves. Dahinter vier kommt ins Ziel Rhinus van Calmentut vor Joseph Newgarden. Dann wird sechster Felix Rosenquist vor Romain Grosin. Siebter wird Benjamin Peterson vor Callum Eilert und 19. kommt ins Ziel Markus Eriksen und Scott Dixon. So, das war's mit der Nesca Indica Series 2023 aus Detroit mit dem Rennen. So lassen, like Dallas, nobody a good race. Ciao. Ciao. Vielen Dank.